Hallo, wir wollen uns heute mit Wachstumsprozessen befassen. Wenn du Geld auf dem Konto hast, wirst du dir sicher wünschen, dass es durch Zinsen und Zinseszinsen recht schnell anwächst. Bei einer schlimmen Krankheit wiederum sollte der Zuwachs an betroffenen Personen möglichst schnell begrenzt werden. Diesen Prozessen liegen Beschreibungsmodelle zugrunde und über die sollst du jetzt informiert werden. Du solltest dazu bereits über allgemeine Kenntnisse von Wachstumsprozessen verfügen und dich mit Eigenschaften der Exponentialfunktion auskennen. Wir lernen heute Modelle für unbegrenztes und begrenztes Wachstum sowie Merkmale für ihre Unterscheidung kennen. Hier nun eine knappe Wiederholung zu den Exponentialfunktionen. Eine Funktion der allgemeinen Form f von x gleich c mal a hoch x heißt Exponentialfunktion zur Basis a. Dabei sind c und a aus dem Bereich der reellen Zahlen und insbesondere wird a größer als 0 angenommen. Eine Sonderstellung unter den Exponentialfunktionen nimmt die natürliche Exponentialfunktion mit der Basis e. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und die Zensuren aus überstecken.